Ja? Ja? Machen wir einen Farbstuhl? Farbstuhl? Ja? Wenn wir gerade schon mal hier sind? Ja, gut. Hallo. Und? Herzlich willkommen bei Witness. Genau. Und da haben wir uns gerade gedacht... Wir sind hier gerade ein bisschen durch die Gegend gelaufen und sind gerade hier beim Farbstuhl angekommen und dachten uns, machen wir den mal eben. Wenn wir sowieso da sind, weil wir wollten eigentlich zum Schiff. Und wir gemerkt haben, scheiße, diese ganzen Brücken im Sumpf, die sind ja alle versetzt. Da kommen wir ja nicht lang. Das ist ziemlich blöd und deswegen sind wir jetzt mal umgestiegen. So. Zack, zack, zack. Eine runde neues Glück. Ups. Lass mich mal laufen. Ja. Zack. Achso, da. Stimmt. Wo war denn der Farbstuhl? Der ist gerade... Ich glaube ganz unten, oder? Ja. Aber auch da hatte ich doch schon mal das eigentlich gelöst. Und das hatte ich ja schon hunderttausendmal gesagt, dass ich das gelöst hatte. Weil ich weiß, das war eine eigene Farbe. Weil ich weiß, das war eine eigene Farbe. Und weil ich weiß, das war eine eigene Farbe. Nee. Nee, ich glaube, das... Nee. Nee, 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 nee. Nee, stimmt. Die war eine eigene Farbe. Die war eine eigene Farbe und das war... Ich glaube, das sind die Felder, die es gab. Ein paar Mal eben draus. Das ist schon mal der zum Ersten. Da siehst du, da, da, da siehst du auch die Felder. Dann gibt es noch eine Lösung. Ja. Ganz nach unten. Da war's? Ja. Zack. Ja, nee, doch. Doch, 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 doch. Nee, war richtig. Alles gut. Was denn? Mach mal so wieder. Und nicht ganz. Oder doch. Doch, stimmt. Und es ist der letzte. Ja. Ja. Dö, dö, dö. Der Farbstuhl kann uns mal. Sehr gut. Sehr gut. Das ist gut. Oh, Mann. Aber wir haben echt gerade einen Lauf. Wir haben echt richtig einen Lauf gerade. Damn right. Oh. Damn right. Oh. Damn right. Oh. Okay, ist gut. Ich bin Gareth. Gareth. Gareth Vakarian. Und das ist mein... Rektum. What? So, jetzt sind wir im vorletzten Stock und dann sind wir gleich ganz oben. Da siehst du es auch nochmal. Zack. Ja, da kommen die richtigen Farben jetzt zum Vorschein. Ah. Daylight. Yeah. Noch einen. Ich wollte gerade sagen. Oh, ich habe gerade Angst. Ich glaube, das hält er da an. Mach es. Mach es, Marco. Mach es. Ja. Damage. Yeah. Ja. Ja. Noch einen. Es ist so gut. Es ist so gut. Nein, ich will da raus. Ja. Laufen. 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 Brett vorm Kopf. Und ja. Aha. Tschüss, Farbstuhl. Guck mal, da ist ein Doran schon wieder Form. Da rechts in den Wolken. Rechts. Rechts. Da. Da. Schon wieder so abgehackt. Das ist immer dieselbe Form. Das ist doch dieser komische. Ja? Ja, den hatten wir irgendwann mal oben auf dem Berg gesehen. Den haben wir. Marco. Gut. Dann fahren wir jetzt doch noch mit dem Schiff. Ja. Ab in den Sumpf. Das müssen wir eh noch machen. Ja. Dann hätte ich gern hier so einen kleinen Mountainbike oder so. Was für cool. Nein, hier so ein Segway. So. Stimmt, in der Wüste haben wir noch so viel. Ja. Da haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Glaub ich, oder? Füste hatten wir, glaube ich. Oh, nicht. Nö, da haben wir es nicht verstanden. Beim Steinbruch müssen wir auch noch was machen. Denn sind das sogar mehr als zehn, oder? Kann sein, dass jede Form hier eins hat. Eins, zwei, drei, vier, ne. Jede Form, glaube ich nicht. Soll ich erstmal zum Sumpf? Ja. Ja. Lass uns das mal abschließen. Da haben wir schon so viele eigentlich gemacht. Volle Pulle. Vielleicht entdecken wir noch etwas während der gemütlichen Rundfahrt. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man. Viele tote Fische sehen. Ah, okay. Oh ja, das war ja auch geil. Es gibt es mit Sicherheit 100 pro noch 100 Mal auf dieser Map. Ja. Das sieht aus wie Zähne. Ja. So ein Schnauze. Ich dachte gerade, was ist das? Baa 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 baa. So. Jetzt sind wir schon mal wieder im Sumpf. Ja. Oh ja. Los, nicht irgendwo gegenfahren. Komm schon. Komm schon, ich bin nervös. Marco, mach was. Weißt du, das ist wie im Freizeitpark. Ah ja, stimmt. Wenn du ganz langsam ranfährst. Alle wollen schon längst aussteigen. Aber es dauert so lange. Alle sind schon dabei auszusteigen. Was denn? Das war die Boje. Ach so. Die macht so komische Geräusche. Da waren wir auch überall. Da waren wir hier drin. Doch hier waren wir drin, oder? Ja. Bin mir ziemlich sicher. Haben wir alles gemacht. Haben wir alles fertig. Ähm. Da ist das Problem. Die verdammte rote Plattform ist eingestürzt. In dem Keller waren wir auch schon. Ja. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir zum roten? Warte mal. Äh, 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 äh. Ich meine, du kannst es ja mal so drehen. Den klammern wir aus. Den klammern wir aus. Dann machen wir nur... Ne, das haben wir gerade. Wirst du zum roten? Ja. Oder was? Ja. Wir klammern mal lila und blau aus. Und dann machst du da. Das Dreieck. Naja, nicht Dreieck. Idiot. Ich Idiot. Äh, äh, äh. Zack. Okay. Hm. Das würde uns nichts bringen. Naja. Glaube ich. Das langsamer hätten sie es nicht bauen können, oder? Nee. Ach, der fährt noch weiter. Äh, da geht es an schwarz und rot. Ja, stimmt. Auch wenn rot nicht mehr da ist. Vielleicht will da mal eben hin. Dann wird bestimmt da hinten noch irgendwas vergessen. Zack. Da waren wir aber auch schon drin, oder? Nee. Was? Ich sag doch, wir waren bestimmt in einem noch nicht drin. Ah, was ist das? Ich sag, da waren wir schon... Okay. Ist das ein Krokodil? Sieht so aus. Krass. Oder ein Uhrzeitgetüm. Ein Peladontrix. Ja, kannst du einfach durchfahren. Ja. Ja, das haben wir ja sowieso schon gemacht. Achso. Ähm. Nee, die kannst du einfach so abschotten. Kann ich mal? Ja. Kannibal. 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 Ähm. Nee, der muss ja mit in die Form rein. Wenn dann. Der gelbe oben. Bestimmt, der muss da unten ja mit dran. Aber man könnte ja... Ach, das wollte ich doch nicht. Könnt ihr so machen? Nee, könnte man nicht. Nee, könnte man nicht. Warte mal, ich hab's aber. Okay. Alles klar. Ähm. Aber wie viel haben wir denn insgesamt? Wir haben vier. Sechs, sieben. Und vier werden wieder abgezogen. Genau. Genau. Müssen aber trotzdem beide Formen mit reinkriegen. Alle Formen mit reinkriegen. Mhm. Wir müssen irgendwie sowas machen. Nee, es wird ja abgezogen. Stimmt. Brauchen wir vielleicht gar nicht so viel. Okay. 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 Ähm. Form kann man ja eh nicht drehen. Stimmt. Scheiße. Ist das wieder die Form. Warum flackern die eigentlich oben dann? Weil die nicht mit drin sind, wa? Ja, genau. Ja, genau. Wir müssen, ähm. Der oben hatte nicht genug Platz, der große. Und der kleine muss irgendwas negieren. Irgendwie steige ich da gar nicht durch. Irgendwie zu, wir haben Lauf, ne? Ah, ja, genau. Also wenn wir das machen, haben wir den einen schon mal raus, eigentlich. Genau. Genau. Das gleiche, wenn wir das hier machen würden. Mhm. Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab's. Ja. Ja. Oder so. Etwas anderes gemacht, ist mir falsch gewesen. Gut. Warte mal. Klar, ja selbstverständlich. Weil der ganze Rest sich sowieso aufhebt. Ich will mal eben wissen, geht das? Okay, also das ist egal, wie der steht. Ja, ja, die Formen heben sich einfach nur auf. Also jedes Viereck hebt ein anderes Viereck auf. Scheißegal. Aber das ist wirklich nur die Anzahl hier. Ja, 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 genau. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach, das ist ja eigentlich... Gar nichts. Ist ja eigentlich... Eigentlich muss... Oh, nee. Du darfst eigentlich gar nichts treffen. Weil im Prinzip hebt sich alles auf. Ja. Heißt, alle müssen aber auch drinnen sein. Mhm. Eigentlich schon. Und wenn etwas nicht drinnen ist... Aber es geht nicht. Du kannst es nicht, weil hier... Eben, eben, eben. Ähm... Also... Achso, du versuchst es jetzt andersrum. Oh, warte mal. Da mal... Vielleicht kann man... Ja, den hier mitnehmen. Trotzdem. Ja, genau. Ja, das würde ja gehen. Ne? Ne. Pass auf. Ist das ja so? Ja. Wenn wir so rausgehen. Ja. Dann ist da oben... Wir müssen... Einen abspalten. Ja. Einer geht immer irgendwo anders her. Ja. Ja. Entweder nach unten... Oder nach oben. Ja. Und... Ähm... Das heißt... Das heißt? Ich habe keine Ahnung. Oder? Nein. Nein. Blödsinn. Ich glaube, mit dem Viereck müssen wir das machen. Tatsächlich. Oder? Ne. Geht ja auch nicht. Sag mal. Wenn... Wir sagen... Wir nehmen nur den. Ne. Das geht nicht. Dann hat... Du hast ja keine Negation drin. Achso. Ja, gut. Der ist ja jetzt alleine abgeschlossen. Und das ist zu viel. Das ist zu viel. Ne. Das kannst du auch nicht machen. Müssen die Negationen drin sein? Wenn die alleine stehen, dann... Machen die Nö. Ja. Die müssen schon was negieren. Sonst hast du irgendwie was Negatives oder so. Keine Ahnung. Negativwert. Ja. Kenne ich. Ja. Kenne ich. Das wird ja funktionieren. Weil zwei hätte ich. Ja. Oben links würde es funktionieren. Aber alles andere würde nicht mehr gehen. Richtig. Das ist... Das ist echt... Hä? Wie soll denn das bitte funktionieren? Wie willst du alles auswählen, ohne alles auszuwählen? Du kannst... Einer ist doch immer weg. Hm. Einer wird immer... weggehen. So knapp vorm Ziel. Und wir denken wieder doof. Da darfst du ja eigentlich nichts machen, weil es negiert sich ja eh. Mhm. Eigentlich ist das dann ja egal. Ja, die müssen... Die müssen ja alle irgendwie rein. Alle müssen negiert werden. Müssen alle negiert werden. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Vielleicht muss man hier irgendwo in der Mitte einen Weg finden. Ja. Müssen wir auch. Problem ist nur, man muss dann trotzdem noch irgendwie die Form berücksichtigen. Mal ganz kurz. Vielleicht habe ich es... Ja, bitte. Bevor du es vergisst. Den packen wir nach innen. Wollen... Nein. Moment. Den wollen wir nicht mitnehmen. Ähm. Ne. Ich hatte doch eben was anderes. Äh. Anders kommt vielleicht so rum. Ja. Perfekt. Uh. Uh. Wir sind bei Rot. Ja. Sehr gut. Oh, wir sind bei Rot. Was ist das? Äh. Okay. Sieht man das? Schmoller. Ähm. Okay. Ah. Da ist was. Kann man es runterfahren lassen? Benutzt einfach mal das Rätsel da. Mal gucken, was passiert. Zwei werden negiert, egal in welcher Höhe. Ne, er muss mit rein. Ach ja, stimmt. Doof. Achso. Ne. Hä? Äh. Mach einfach genau. Und jetzt nach oben. Jetzt nach oben. Nein, nach oben. Oben? Ja, nach oben. Genau, und jetzt raus. Stimmt. Okay. Hä? Achso, das hat sich auch gelöst. Hm. Moment, was? Guck mal eben auf den anderen Bildschirm da. Weil da ist ja jetzt auch was passiert, ne? Das ist das selbe. Genau das gleiche. Das ist exakt das gleiche. Mann. Ah. Ah, okay. Jetzt ist alles andere unten. Äh, scheiße. Äh. Ach, jetzt kommen wir von da. Von da. Ja, ja. Ja. Von da. Mach nochmal runter. Nur die vorne, oder was? Ja. Geh mal wieder hoch. Ah, da kommst du auch nicht hin jetzt, ne? Ne. Siehst du es ja nie komplett. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwas anderes hier runterzumachen? Die hier. Ich glaube, das ist das Ding. Wir müssten wahrscheinlich etwas runter machen, was schwerer ist, runterzumachen. Ach, hier. Die machen die ersten raus. Genau. So. Ach so. Ah. Ja. Boah. Mann. Manchmal ist es mir echt schwer von Bedürfn. Ja, und jetzt kannst du das gleiche machen wie eben. Genau. So, einen Schritt zurück. Jetzt machst du dir... Moment. Geht ja gar nicht. Doch. Nein. Genau, so. Ja, genau. Jetzt haben wir ja den da. Jetzt können wir das machen, was wir vorhin machen wollten. Nämlich den. Ah. Sehr cool. Das ist, das ist cool. Krass. Ach, cool. Yeah. Perfekt. Alter, guck die ganzen Strahlen an. Brauchst du ja schon fast einen Strahlenschutzanzug. Oh, 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 oh. Ja, ist was geil. Auf dieser Insel, wenn du durch solche Moore läufst, dann ist es glaube ich sowieso schon zu spät. Oh, ja. Ah. Ja, das ist ja jetzt also... Hm. Hm. Genau das gleiche. Nein, doch nicht. Was? Ähm. Nur eine andere Stelle auslassen. Einfach eine andere Stelle auslassen. Ne, was? Geh mal ganz nach oben durch. Mach doch mal. Ach ja, es müssen beide drin sein, deswegen. Hm. Ähm. Hast du den ausgeklammert? Oh. Ähm. Ja, das ist das, worüber ich auch gerade nachgedacht habe. Hast du den ausgeklammert? Nein, hab ich nicht. Ähm. Hä? Das hättest du aber vor... Ne, ach, da muss die Nase sein. Ah, stimmt. So. Ja. Okay. Okay. Alles klar. So. Abgezogen. Dann haben wir alles. Welches? Ne, im Dorf. Dorf. Auf zum Dorf. Und die Wüste. Und die Wüste. Also. Eigentlich fehlt uns noch einiges. Naja, einiges. Ja, aber Dorf geht. Dorf geht. Weil, da wissen wir jetzt ja, wie wir mit dem Stern umgeben müssen. Ja, da sind wir jetzt schlauer auf jeden Fall. Oh, dieses Spiel ist echt... referent. Oder verwirrend. Doch, hier schnell rüber. Schaffen wir das noch diese Folge? Ja, schaffen wir noch. Das sagst du jetzt. Doch, doch. Weil das ist ja jetzt ganz einfach. Das ist jetzt ganz einfach. Ja, das können wir jetzt. Das ist jetzt ganz einfach. Moment, was? Ne. Da haben wir drei. Ach ja, Farbfilter, ne? Müssen wir da auch mal gucken. Ach ja. Scheiße, da brauchen wir einen Farbfilter. Der war bestimmt hier irgendwo drin. Der ist bestimmt da irgendwo drin. Das heißt, erst mal hier. Ach ja, die Tür. Immer nur zwei. Ja, zum Beispiel. Aber dann müssen wir oben noch gucken. Wahrscheinlich erst hier oben. Wie liegen die? Sechs. Nochmal sechs. Ich könnte ja liegen, wie sie wollen. Okay, ich hab's. Ne, Moment. Sechs. Also so können die liegen. Jetzt müssen wir nur noch unten abschotten. Wie machen wir das? Aber müssen wir doch anders trennen, wahrscheinlich. Wie trennen wir das denn jetzt? So. Stimmt. Nein. Da haben wir dann auf der linken Seite jetzt drei Stück drin. Habe ich irgendwas vergessen? Ach nee. Ah, ich hab einen. Ah. Das sind fünf. Das sind fünf. Das heißt, da kommen noch drei dazu. Aber. Wie hab ich das nochmal eben gemacht? Kannst du da. Jetzt hast du auch drei Sterne wieder in der Mitte. Hm. Wie hab ich das denn eben gemacht? Verdammt. Kannst du dich jetzt einfach runter? Ja. Dann eins zur Seite, einen hoch. Dann jetzt abschotten erstmal. Nee. Ich glaub du brauchst jetzt noch mehr, oder? Drei. Drei. Wie legt sich denn die Form da oben? Ja, aber kann schon nicht funktionieren. Du hast drei Sterne. Hä? Ach so. Ja, klar. Kannst du dich einfach so wie bei dem Anfang auch da unten. Erstmal schließen. Das. Ach nee, jetzt hab ich da schon wieder drei. Und jetzt geht's natürlich nach unten rein. Oh. Das ist ja blöd. Wieso, wenn du jetzt? Nee, warum? Ja, jetzt geht er hier unten rein. Wenn ich jetzt abschließe. Oh, jetzt geht da unten rein. Ja, da. Warte, 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 warte. Der Strich da. Aber wir haben ja gar nicht die Form, um das auszufüllen. Jetzt sind es zu viele. Echt? Ja. Eins. Zwei. Ah, die können wir überdrehen und wenn wir wollen. Ja, ja. Das ist schon klar. Jetzt sind es trotzdem zu viele. Oh, scheiße, doch nicht in dieser Folge. Och, Mann. Eins. Zwei. Das. Drei. Vier. Zwei. Das ist einer zu viel. Einer zu viel. Kannst du nicht einfach den da wieder wegnehmen? Nee, das passt auch nicht. Echt nicht? Nee, das passt nicht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Ääh. Rhymeshell Hm Wir müssen doch links am Anfang irgendwie ein Sechser bauen Ah, warte mal Könnte das? 1 4 Nein Nee Oh, das müsste eigentlich doch gehen Mach nochmal, mach nochmal Ich will nochmal sehen, wo der Fehler war Warte, wo haben wir nochmal aufgetrennt? So, ne? Genau, und dann bist du eine Treppe hoch So 1 2 3 4 Ah Kannst du dich den einfach mitnehmen? 5 Passt das denn von der Form noch? Mach nochmal, mach einfach So meinst du? Ne, den musst du auch wieder wegnehmen, ja Ne, den nicht Den, den, wo ich drauf zeig Ja, der, der eben die ganze Zeit weg war So 1 2 3 4 Ne, doch nicht 1 1 3 Doch Ne Ne 5 haben wir ja nur 1 2 3 Doch, 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 das ist richtig Ja 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 Oh Mann Boah Boah Alter Ja, da geht es aber in der nächsten Folge erst rein Alter Aiuiuiuiui Aber wir haben es Ja Aber wir haben es echt, echt geschafft, das hätte ich jetzt nicht gedacht Puhi Boah War aber auch kompliziert wirklich Mhm Aber du hast einen guten, guten Ansatz da schon gegeben Ansonsten hätte ich es nie gereiht, ich hätte es nie gereiht Ha Ja Aber ich glaube jetzt ist nicht mehr lange bis zum Finale Äh Da kommt noch, aber Da kommt noch Nicht mehr lange bis zum Finale, weil wir sind ja schlau Naja Ja, ich glaube auch, naja Aber ich würde sagen, bis dahin Auf Wiedersehen Alles Beste Nase